Ja, hallo mit Ohl, liebe Nerdlinge. Heute habe ich wieder was von Panini Comics für euch, nämlich Absolute Carnage, den ersten Band, der Wahnsinn beginnt. Und dazu erzähle ich euch jetzt was. I am Nerd. In diesem ersten Band der Reihe ist Eddie Brock mit seinem Sohn auf der Flucht und plötzlich ist Carnage wieder da. Ja, Cletus Kasady, der ja gestorben ist, ist jetzt von den Toten zurück und er ist auf der Suche nach etwas. Er sucht nämlich Wirbelsäulen von Leuten, die schon mal einen Symbionten in sich getragen haben, also von ehemaligen und bestehenden Wirten. Und denn in diesen Wirbelsäulen befindet sich ein sogenannter Kodex, den er braucht, um den Symbiontengott Null oder Knull, wenn man es deutsch aussprechen möchte, wieder zum Leben zu erwecken, denn das ist sein Ziel, denn er möchte die Symbiontenherrschaft quasi wiederherstellen oder erstmal so völlig in Gang bringen auf der Erde und dazu braucht er eben diese Wirbelsäulen. Dafür hat er schon einige Tote ausgegraben, denn es gibt ja auch schon viele verstorbene Wirte, die mal einen Symbionten in sich getragen haben, nach Venom, nachdem Spider-Man den Symbionten auf die Erde gebracht hat, nach den Secret Wars, ist da ja einiges mit passiert. Ja, der war ja nicht nur in Venom und in Carnage, es gab ja noch einige andere. Davon treffen wir auch nochmal ein paar wieder. Es wird also auf jeden Fall ganz interessant und als erstes geht es hier nämlich nach Ravencroft, wo Norman Osborn einsitzt und den möchte sich Carnage jetzt erstmal zu eigen machen und deswegen holt sich nämlich Eddie Brock Hilfe bei Spider-Man und da geht die ganze Geschichte schon richtig los. Geschrieben wurde das Ganze von Donny Cates, der ja auch die Venom-Reihe schon geschrieben hat, die neue, und der haut da richtig raus. Also hier geht es richtig horrormäßig zur Sache. Also da fliegen die Körperteile ordentlich durch die Gegend, es fließt viel Blut. Carnage wissen wir ja, der hat ja in den vergangenen Zeiten auch schon für einiges an Chaos gesorgt, weil Cletus Kasady ist ja nun mal ein völlig irrer Serienmörder gewesen und von daher hat sich das natürlich auf Carnage auch übertragen. Der ist ja zigmal so schlimm wie so ein Venom, der ja inzwischen eher der tragische Anti-Held ist. Aber davon ist er bei Carnage nichts zu spüren. Der will töten, der möchte Null, also wie gesagt Knull, wieder zum Leben erwecken und dabei geht er nicht nur sprichwörtlich über Leichen, also es ist wirklich der Fall und er versucht halt jeden dieser Wirte irgendwie ranzukriegen. Gezeichnet wurde das Ganze von Ryan Stagman, also zumindest der erste Band und echt gutes Ding. Also er hat wirklich schöne Sachen hier gemalt, das ist wirklich teilweise richtig eklig und ist vielleicht nicht unbedingt was für schwache Nerven, aber trotzdem wirklich cool zu lesen und ich habe die anderen Bände auch schon da, soweit sie rausgekommen sind bisher, bloß ein bisschen Special nochmal dazu. Das werde ich auch in Kürze vorstellen, freut euch drauf. Das Teil rockt hier auf jeden Fall ziemlich hart auf 120 Seiten, kostet dabei auch 14,99 Euro, also macht Spaß und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht. Also wenn ihr mal harte Action haben wollt, dann kann ich euch Absolut Carnage nur empfehlen. Ja, das war es auch schon wieder. Absolut Carnage musste ich natürlich haben. Ich habe auch einige Hefte der damaligen Maximum Carnage Reihe. Ich glaube, da muss ich auch demnächst mal ein Video zu Crossovers und diesem ganzen Gedöns machen, was Eventreihen angeht. Das ist für mich ein kleines Aufregethema, aber dazu jetzt erstmal nichts mehr, sondern vielleicht beim nächsten Mal. Ihr wisst ja, Abo dalassen, Glocke klicken, damit ihr über das nächste Video informiert werdet. Daumen und Kommentare sind selbstverständlich auch immer gerne gesehen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.